Ich bin Marco Manduzio und ich bin 13 Jahre alt. Meine vorherigen Vereine waren im Sportverein von Besigham und SGV Freiberg und jetzt beim VfB Stuttgart. Ich erhoffe mich mit der Mannschaft dieses Jahr ein erfolgreiches Jahr und dass ich dafür selber was dazulernen. Ziele mit der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall die Meisterschaft. Es wird die Gewinnung oder auf jeden Fall eine gute Platzierung.